Der Executive Cycle vermittelt systemische Kompetenz für Leadership, für Change, für Strategie und für Coaching. Und zwar für eine spezielle Zielgruppe, nämlich obere Führungskräfte, Unternehmer, Geschäftsführer. In meinen Augen ist der Nutzen, dass Sie über das Handwerkszeug, was die alle haben, dass Sie da noch einmal einen anderen Blickwinkel bekommen auf das Thema Steuerung von Veränderung, Steuerung von Unternehmen. Diese systemische Idee ist, glaube ich, für viele neu, birgt eine neue Perspektive und schafft die Möglichkeit, dass neue Handlungsoptionen entstehen, die bisher vielleicht im Repertoire der Teilnehmer noch nicht vorhanden waren. Ich glaube, auf den Punkt gebracht, das ISB bringt eine Möglichkeit, dass nachhaltige Effekte in der Organisation umgesetzt werden. Es geht nicht um Strohfeuer, sondern es geht, glaube ich, darum, sowohl die Menschen als auch die Organisation in eine nachhaltige Entwicklungsarbeit hineinzuführen. Und das macht, glaube ich, den Unterschied. Wir haben seit über 30 Jahren Erfahrung in der Qualifizierung von Personen und der Qualifizierung von Systemen. Deswegen verbinden wir da immer beide Seiten direkt miteinander. Das ist ein integriertes Lernen im Seminar, aber möglichst on the job, near the job und nah am Organisationsalltag.